Wie können wir unsere Meditation verbessern, um uns mehr mit unserer Seinsebene zu verbinden? Ich bin, selbst mit den binauralen Beats fällt es mir immer noch schwer, ruhig zu werden und einfach zu empfangen. Das hat vielleicht mit meinen Erwartungen zu tun, oder vielleicht ist meine Absicht nicht stark genug. Es hat wahrscheinlich eine Menge mit ihren Erwartungen zu tun, vielleicht auch etwas mit Angst. Aber das Entscheidende an der Meditation ist, dass Meditation eine intuitive Übung ist und keine intellektuelle Übung. Die Leute setzen sich in der Meditation oft hin und gehen dabei vor, wie bei jeder anderen Sache, die sie im Laufe des Tages tun. Als wären sie ein Techniker. Sie setzen sich hin und versuchen, technisch einen Meditationszustand herzustellen. Was tut man also? Okay, sie setzen sich hin, nehmen einen tiefen Atemzug und entspannen sich. Und sie gehen durch all die Dinge durch. Und dann tun sie dieses und jenes und dann lassen sie los von den Dingen und dann… Was? Nichts passiert. Sie kommen zu dem Endpunkt, an dem sie entspannt sind. Sie haben losgelassen. Und da sind sie nun und nichts passiert. Das liegt daran, dass sie eine Meditation nicht technisch umsetzen können. Sie müssen sie geschehen lassen. Sie können nicht erzwingen, dass sie geschieht. Und es liegt nicht an der Technik, die sie verwenden. Es ist die Herangehensweise. Es ist ihre Geisteshaltung. Es ist ihr Gefühl. Es ist ihre intuitive Seite. Die Meditation funktioniert also am besten, wenn sie… Wenn wir rein über Meditation sprechen, sollten sie wirklich keine Ziele haben. Und wirklich nichts, was sie wirklich tun wollen. Sie wollen sich einfach nur entspannen und ihr Bewusstsein kennenlernen. Zum Gefühl des Seins gelangen. So, dass sie sich einfach als ein Stück Bewusstsein erleben. Das ist es, was ich Punktbewusstsein nenne. Sie sind ein Punkt aus Bewusstsein, der in einer schwarzen Leere schwebt. Die schwarze Leere steht einfach nur dafür, dass sie keine Sinnesdaten mehr verarbeiten. Die Sinnesdaten sind verschwunden. Oh, sie sind immer noch da. Wenn jemand hupt oder das Telefon klingelt, können sie es immer noch hören. Es ist nicht so, dass sie komatös geworden sind oder so. Sie verarbeiten die Daten nur nicht und schenken ihnen keine Aufmerksamkeit mehr. Sie schweben also im Bewusstsein. Sie sehen nichts, hören nichts, riechen und schmecken nichts. Das sind sie also in der schwarzen Leere. Und verweilen sie dort einfach. Verweilen sie dort und seien sie sich gewahr, dass sie existieren. Und das ist tatsächlich der erste Schritt bei der Meditation. Den Punkt zu erreichen, an dem sie sich in diesen Zustand des Punktbewusstseins begeben und einfach existieren können. Wenn ihnen das dann leicht fällt und sie diesen Zustand recht gut halten können, können sie als nächstes beginnen, aktiv zu werden mit dem, was als nächstes folgt. Nutzen sie ihre Absicht, um irgendwo hinzugehen. Etwas zu tun. Mit jemandem zu kommunizieren. Eine telepathische Unterhaltung mit jemandem zu führen. Etwas zu remote viewen. Haben sie eine Absicht, etwas zu tun. Und wenn sie in diesem angenehmen Zustand bleiben, in dem ihr Intellekt still ist und sie einfach nur existieren, werden ihnen diese Dinge sehr leicht fallen. Aber wenn sie die Erwartungshaltung haben, dass es eine intellektuelle Erfahrung sein wird, nach dem Motto, oh, ich werde etwas remote viewen. Ich werde über die Tennisplätze des Country Clubs am anderen Ende der Stadt schweben und nachsehen, was dort vor sich geht. Denn das ist mein Ziel. Und sie erwarten, dass sie schweben und nach unten schauen, so als ob sie in der Luft wären. Aber so ist es nicht, verstehen Sie? Das ist ihr intellektueller Prozess. Sie wollen, dass es etwas Intellektuelles ist. Aber so wird es nicht sein. Es wird so sein, dass sie, wenn sie dort hingehen, dass sie kleine Teile und Bruchstücke von Informationen darüber erhalten, was dort vor sich geht. Und sie werden diese Teile zusammensetzen müssen. Sie werden sagen müssen, okay, wie ist die Stimmung? Wie ist die Atmosphäre? Wie sieht es aus? Welche Farben gibt es? Sie werden sich all diese Fragen stellen müssen, damit sie Teile und Bruchstücke von Informationen erhalten. Und sie werden feststellen, dass wenn sie sie alle aufschreiben, sie am Ende eine sehr gute Beschreibung, beispielsweise eines Swimmingpools haben. Obwohl sie das Bild vielleicht nie gesehen haben, bekommen sie die Informationen. Und das ist der Anfang von Remote Viewing. Sie fangen an, Daten über ein Objekt zu erhalten, das ein Ziel darstellt. Und je mehr sie üben, desto schneller geht es. Desto einfacher ist es. Und desto wahrscheinlicher ist es, dass sie tatsächlich Bilder bekommen. Und schließlich werden sie Bilder bekommen, die quasi so aussehen, als würden sie einfach in der Luft schweben. So, wie sie es sich mit ihrem Intellekt vorgestellt haben. Aber wenn sie es auf diese Weise zu Beginn versuchen, können sie nicht dorthin gelangen. Es ist unmöglich. Es ist so, dass man ganz unten anfängt und sich hocharbeitet, um das Problem zu lösen. Bei den meisten Menschen, die versuchen, etwas zu tun, ist es so, dass sie eine intellektuelle Erfahrung machen wollen, wie sie es hier tun. Aber es ist eine intuitive Erfahrung, wenn man es mit Informationen zu tun hat, die einfach kommen, ohne Erklärung und ohne zu wissen, woher sie kommen. Sie kommen einfach. Aber je mehr sie das tun, desto mehr erfahren sie, wie es sich anfühlt, wenn sie die richtigen Antworten erhalten. Und wie es sich anfühlt, wenn sie die falschen Antworten erhalten. Denn bei solchen Dingen wie Remote Viewing können sie, nachdem sie fertig sind, nachsehen, was die richtige Antwort war. Also können sie unterscheiden, was richtig und was falsch war. Je mehr sie üben, desto besser werden sie darin, die richtigen Antworten zu finden und desto einfacher wird es. Und dann lernen sie, etwas anderes zu tun. Zum Beispiel Daten über ein früheres Leben oder die Gesundheit einer Person oder etwas anderes zu erhalten. Und sie müssen den ganzen Prozess noch einmal von vorne beginnen. Sie müssen mit kleinen Schritten beginnen und es sich wieder erarbeiten, weil es etwas ganz anderes ist. Beginnen sie also den Prozess von vorne. Aber haben sie keine Erwartungen. Lassen sie einfach kommen, was kommt und lernen sie, sich dort in diesem Zustand des Punktbewusstseins treiben zu lassen. Denn das ist ein schöner Zustand. Sehr angenehm. Es ist sehr energiespendend, wenn sie eine Weile in diesem Zustand verbringen. Aber wenn sie das unter Kontrolle haben, dann sagen sie, nun, ich habe eine Absicht. Ich möchte bei Tante Susie vorbeischauen, die ich seit 20 Jahren nicht mehr gesehen habe. Um zu sehen, wie es ihr und Onkel Fred geht. Wissen sie? Und sie können dort hingehen, wo immer die beiden sind und ein Gefühl dafür bekommen, was sie tun. Und wie sie sich fühlen. Wie ihr Gesundheitszustand ist. Alle möglichen Dinge. Aber sie werden nicht unbedingt ein Bild sehen. Der intuitive Raum ist oft ein Gefühlsraum. Nicht unbedingt ein visueller Raum. Aber irgendwann können sie ihn in einen visuellen Raum verwandeln. Aber zu Beginn wäre es vermutlich besser, mit einem Gefühlsraum zu arbeiten, bevor sie in den visuellen Raum übergehen. Denn der visuelle Raum wird wahrscheinlich erst später kommen. Ich meine damit, es ist einfacher für sie, in den Gefühlsraum zu gelangen, als in den visuellen Raum. Ein visueller Raum erfordert eine Menge Präzision, richtig? Sie haben Pixel. Sie müssen eine Million Pixel in dieses Bild einfügen, um es zu erkennen. Und das sind eine Menge Daten. Und für die meisten von uns ist es so, dass, sobald wir das Bild erkennen, unser Intellekt direkt eingreift und anfängt, das Bild zu interpretieren. Und das steht uns dabei im Weg. Sobald uns der Intellekt in die Quere kommt, ist Game Over. Es ist also besser, wenn sie anfangs bei einem Gefühlsraum bleiben und schauen, was sie erhalten. Es ist erstaunlich, wie lebendig ein Gefühlsraum werden kann. Wir haben hier linkshörnlastige Leute, die denken, ein Gefühlsraum, was ist das? Aber es gibt Menschen, die sich einen Gefühlsraum ansehen und ihnen alles beschreiben können, was sie auch auf einem Bild sehen können. Nur durch das Fühlen. Wissen Sie, ich sehe keine Bilder. Alles, was ich tue, ist Dinge zu fühlen. Schauen wir mal. Ich sitze vor einem Gebäude mit rotem Backstein und weißem Beton an den Rändern. Und da parkt ein Feuerwehrauto. Das Feuerwehrauto ist rot, hat aber aus irgendeinem Grund eine gelbe Motorhaube. Und es gibt sechs Feuerwehrmänner, die alle schwarze Hüte mit weißen Krämpen tragen. Und sie erzählen ihnen all diese Dinge. Wie fühlt man einen schwarzen Hut mit einer weißen Krempe? Wie kann man so etwas fühlen? Nun, offensichtlich erhalten sie Informationen. Sie interpretieren Informationen in Form von visuellen Eindrücken. Aber sie werden ihnen sagen, dass sie nie wirklich irgendetwas sehen. Alles, was sie bekommen, sind Gefühle. Dieser Gefühlsraum muss also nicht sein, ich fühle mich gut, ich fühle mich schlecht, ich fühle mich glücklich, ich fühle mich traurig. Der Gefühlsraum kann bis direkt hin zu dem Punkt reichen, wie viele Streifen der Mann auf der Schulter seiner Uniform hat. Das kann man in einem Gefühlsraum fühlen. Er kann sehr reichhaltig sein, wie jeder rechtshörnlastige Mensch weiß. Dieser Gefühlsraum kann ein sehr ergiebiger Raum sein, mit allen erdenklichen Details. Auch wenn sie vielleicht schwören, dass sie nichts sehen, fühlen sie die Dinge einfach. Arbeiten sie also am Anfang zunächst mit dem Gefühlsraum. Später können sie sich dann steigern, hin zu Bildern mit höherer Auflösung. Der Gefühlsraum ist einfach leichter zu handhaben. Es sei denn, sie sind sehr linkshörnlastig, dann ist der Gefühlsraum schwierig, weil sie nicht wirklich wissen, was das bedeutet. Weil sie ihre Gefühle so lange unterdrückt haben, dass es schwierig ist, sie zu empfinden. Aber auch dann stellt dies eine gute Übung dar.